So, jetzt ist es spannend genug. Wir beginnen mit ein paar Minuten Verspätung. Ich freue mich sehr herzlich, dass Sie sozusagen recht gekommen sind. Trotz dieses Wetters, ja wir haben Winter nicht in Ordnung, oder? Kommen wir zum zweiten Teil. Zum Herrn Schaudhry darf ich dich an den Tisch bitten und dann machen wir das Interview. Ich stelle dich erst vor, dann machen wir das Interview und dann, genau. Gibt es hier noch Fragen, beziehungsweise muss ich fragen, ist was nicht verstanden wurde? Da, hier. Du bist gekommen aus, ich stelle dich vor, aus Oppenheim, bei Mainz, gell? Angereist und zwar, deinen, ganz kurz deinen Werdegang. Du bist ein Kind indischer Einwanderung und bist in Flensburg geboren, hast Philosophie und Orientalistik in Kiel studiert, hast hospitiert bei der FAZ, nett, hast, ähm, bei Fokuszeit Online auch hospitiert und hast die Ausbildung zum Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung gemacht. Ja, Süddeutsche Zeitung, Sendlinger Tor, der Sendlinger Straße, gell? Aber jetzt sind sie in der Hulschiner Straße, fuhr, fuhr, weiß was. Na ja, da hast du Redakteur gemacht und seit 2022 hast du einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Gänzgänger. Ja, Gänzgänger, wunderbar, also, ja. Ach, Gänzg, sag doch, warum ich Gänzgänger heißt Gänzgänger, fangen wir es an. Nein, vielen Dank, ich bin doll nach draußen. Nein, sondern, nein, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, erst mal muss ich etwas zu dir sagen, weil ich hab dir ja gerade zugehört, wir alle haben dir zugehört. Aha, als du mich angeschrieben hast, ähm, hast du dich vorgestellt als Lehrerin, ähm, hättest du dich als Therapeutin vorgestellt, hätte ich vielleicht abgereiht. Weißt du warum, ähm, ich bin Therapeuten gegenüber sehr skeptisch eigentlich, aber ich wusste damals ja nicht, welche Art von Therapie du machst. Ähm, ich hab ein sehr gutes Bild von Lehrern, weil, ähm, ich hatte einen Lehrer in der 10. Klasse, der hat mich total begeistert, weil er so begeistert war bei dem, was er, woran er auch geglaubt hat und, ja, was er vermitteln wollte, hat mich das so angesteckt, dass ich, ähm, ja, so sein wollte wie er. Er hat zum Beispiel jeden Tag die FHZ gelegen und, ähm, um ihm zu gefallen, um ihn zu einem imponieren, bin ich, äh, mit der FHZ zur Schule gekommen, die Männer. Aber das Problem war, äh, ich hatte die Sorge, dass mich irgendjemand fragt, was da drinsteht, weil ich mich nicht verstanden habe. Ich hab immer die FHZ aufgeschlagen und ich hab nur Bano verstanden. Ja, und, aber, es hat was in mir ausgelöst und ich hab, äh, mich angefangen sehr intensiv mit Sprache und Text zu beschäftigen, dass ich dann irgendwann die Philosophie studiert hab, um erstmal mich zu überfordern mit Texten und dann sozusagen die Dinge und Ideen begreifen zu können. Ähm, das nochmal so als Info, warum ich überhaupt zugesagt hab. Und ich, ich war Lehrerin und ich hab, äh, hast du Kinder und, ja, weil du so begeistert hast, ich hab meinen Schülern vermittelt, oder vermitteln wollen, wie die Medien funktionieren, hab ich gesagt, ja, dann, da bin ich dabei. Ja, okay. Aber zu deiner Frage, Grenzgängerstudios, ja, ähm, warum hab ich das so genannt, äh, was ist mit Grenzgängern? Grenzgänger ist jemand, der beide Welten kennt, ja, und immer wieder zwischen ihnen, ja, äh, vermittelt, weil er beide Seiten versteht, ja, und, äh, das sehe ich als die Aufgabe dieses Kanals. Aber ich muss nur eines auch sagen, ich bin etwas heiser heute, deswegen, ähm, ja, klingt jetzt so heiser. Okay, danke, ja, also, äh, interessant, ähm, du möchtest vermitteln beide Seiten sehen, ja, und, ähm, äh, aber fangen wir von an, mit welchen Idealenvorstellungen vom Journalisten, äh, musst du angefangen, als Journalist zu arbeiten? Ich glaub, die ersten Vorstellungen kommen aus Zeichenträgferien der 90er Jahre, äh, das erste, was mir einzahlen würde, ist, äh, Carla Kolumna, Jenny Blümchen, äh, die rasende Reporterin, die so aufabschungsvoll ist und die Schweinereien des Bördermeisters von Neustadt aufdeckt. Das ist so das erste und das zweite ist, äh, Clark Kent von Superman, der, ja, bei seiner irdischen Familie aufwächst und bestimmte Wertesvermitteln bekommt und versucht, diese Werte und Ideale in seinem Leben umzusetzen. Und, ähm, die sehen, die mir dann einfach ist, wie er in diese Großraumbüros geht, ja, in seiner Redaktion und dort herrscht Hektik und Trugel und alle sind so wahnsinnig neugierig und auf der Suche nach Wahrheit. Also für mich waren, dass er die erste Vorstellungen sind, wahrheitssucker. Ja, was auch immer das ist, aber sie versuchen sich der Wahrheit anzunehmen. Ja, ja, okay. Und eine Sache noch, wo sich dann, äh, das verformt hat aber, war schon bevor ich in die, äh, in den Journalismus, ähm, gekommen bin. Also ich war kritisch gegenüber Journalisten nach 9-11. Nicht, weil ich 9-11 angezweifelt hab, da war ich noch nicht so weit, dass ich mich erst mal kritisch mit irgendwelchen Themen auseinandersetze, ähm, sondern ich habe schmerzhaft erfahren, was 9-11 und die Berichterstattung danach, die nämlich gegen bestimmte Länder gerichtet war, ihre Kulturen und Religionen gerichtet war, um Kriege zu legitimieren, ja. Das habe ich aus nächster Nähe gespürt, ähm, in die Schule zu gehen als Inder und Kameltreiber genannt zu werden, ja, oder Ölauge genannt zu werden und gesagt zu bekommen, äh, hier deine Familie den Laden hat, die zwei Türme gesprengt, ja. Das ist eine Sache, das, äh, habe ich damals schon sehr stark mit der Berichterstattung verknüpft, weil überall wurde über irgendwelche radikal-islamischen, äh, langwärtigen Menschen gesprochen, ähm, und ich musste dann rechtfertigen. Ich musste mich und mein Leben, meine Lebensphilosophie auch immer rechtfertigen. Und das ist, äh, ja, deine Existenz überhaupt, ja. Habe ich dich abgespürt, oder darf ich in die Frage stellen? Dankeschön. Ähm, äh, äh, du hast dann den Sprung wirklich in die, äh, Mainstream-Medien, äh, geschafft? Und zwar in den etablierten Journalismus, äh, Ausbildung, Redakteur, Süddeutsche Zeitung, Hallöchen. Ja, also ich hatte nicht daran geglaubt, ähm, es war so, dass ich einen Mentor hatte von der Taz, ähm, ein Journalist, der schon, 20 Jahre im Geschäft ist, mit dem habe ich mich besprochen und der meinte zu mir, es sieht eigentlich schwierig aus, weil die Digitalisierung sorgt dafür, dass Stellen abgebaut werden, ähm, und, äh, ja, du kannst es vielleicht mal probieren im Lokal- oder Regionaljournalismus, aber da hatte ich nicht so Lust drauf, weil mein Fokus war damals durch mein Studium Orientalistik-Philosophie, ich wollte eher, äh, zum Thema Außenpolitik und Nahost und so weiter gerne berichten. Und ich habe mich dann einfach eigentlich aus, fast aus Scherz, muss ich sagen, ähm, beworben bei, für ein Praktikum bei Zeit Online und wurde direkt angenommen. Und dann ging das immer so weiter, so nahtlos über von Zeit Online über FAZ zum Fokus und, ähm, ja, dann war ich irgendwann bei der Süddeutschen Zeitung und saß dem Chefredakteur gegenüber und, äh, um es mal ganz kurz... Kister, Kurt Kister. Richtig. Um es mal ganz kurz zu machen, ich war ja sehr kritisch gegenüber Medien davor schon eingestellt. Es war nicht so, dass ich erst aufgewacht bin, während ich dort gearbeitet habe, sondern ich wollte mich eigentlich davon überzeugen, dass es vielleicht... Dass es wirklich so schlimm ist, oder? Nee, dass es nicht so schlimm ist. Ach so, okay. Ich dachte, vielleicht gibt es Freiräume, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass, dass es keine echte Diversität gibt. Also, die Leute kommen vielleicht aus derselben, aus derselben Ecke, aus derselben Schicht und so weiter. Und vielleicht, ähm, gibt es Freiräume, ja, für eigene Recherche und Berichterstattung. Ja. Ja, und dann kam ich so rein, ähm, die, äh, ja, das Bewerbungsgespräch, äh, war schwierig. Ich kam rein und ich hatte das Gefühl, der Chefredakteur interessiert sich nicht wirklich für mich. Ähm, und, äh, es ist ja eine Präsentation, so ein Vorstellungsgespräch. Und, äh, ja, nach kurzer Zeit, irgendwie nach fünf bis zehn Minuten, wir hatten noch nicht lange gesprochen, gab es einen Feueralarm. Und dieser Feueralarm hat mich eigentlich, äh, zu einem Job verholfen, weil ich nämlich in dieser Zeit, ähm, mich, ja, mit dem, äh, Volontariatsleiter, ja, fast schon angefreundet habe. Also, wir haben eine Wellenlänge gefunden. Und, ähm, als dann nach einer halben Stunde wir nochmal nach oben sind, ähm, Übrigens musste der Chefredakteur, der etwas breiter ist, diese 24 Stockwerke runter und hoch laufen. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, also diese Arroganz, die ich da erlebt habe, war erst mal gebrochen und der musste sich erst mal beruhigen. Und ein bisschen runterkommen und, äh, saß mir dann gegenüber. Und das erste, was er gesagt hat, ist, ja, ich glaube, das Vorstellungsgespräch steht unter schlechten Sternen. work sew oder wir? Und, äh, saß mir dann so ziehen. Und, äh, saß mir dann da verseют. Und, äh, saß mir dann hin, äh, cool. Und, kä Rusicht, ich sage dann auch", wirpool, steeper consciously, fast schon, um meinen Teufol calories bis jetzt über 20 Uhr. Und, äh, saß mir dann, 자 land soll, persone Ainсте, wir heißt ja, saß, è, man kann sprach.